Herzlich Willkommen zurück und ich würde mich ja eigentlich ganz gerne mal am Werksfahrer versuchen. Gucken, ob wir das hier mal hinkriegen. Hier war glaube ich jede menge Handbremse angesagt. Zwei, eins, los! Das ist wieder so eine Reaktion hier. Halleluja! Drei, zwei, eins, los! Keine Ahnung, ob ich das machen soll. Scheiße. Das war echt. Das ist richtig scheiße. Drei, zwei, eins, los! Oh, hat er gefressen, oder? Mal zurück. Ja, komm schon, wenn ich das jetzt... Äh, echt geschafft, ey! Und dann... Zisch und klack und weg! Gutes Willen, ey! Ich hasse diese Geschichten da mit diesem Looping machen und tralala! Was gibt's denn jetzt? In die Stadt fahren, einen Zug noch kriegen, man erwartet mich am Bahnhof, der Zug wartet nur noch ein paar... schnell nach einem Stück dorthin. Äh, okay! Wird das hier nochmal eine Runde Werksfahrer? Heute und diesmal in dieser Folge. Warum nicht? Wo ist er? Drei, zwei, eins, los! Okay, ich will in der Zelle, okay... Ok, okay, okay... Ow, yeah! Ja, das kann ja mal was werden, ja. Jetzt musst du gar nicht lang fahren, okay. Von der Zeit her, da oben eigentlich sieht das angenehmer aus, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oben lang. Oh Gott, ey. Er ging grad nochmal gut, wa? 0% Nichts beschädigt. Was ist der Fall, der es zu spät kommt? Genauso gut aus sein könnte er sich dauernd mal jetzt noch in die andere Richtung fahren soll. Jetzt haben wir wieder die Bullen am Start hier. Oh Gott, ey. Mal gespannt, wie sauber ich hier durchkommen, ne? Vielleicht beim ersten Mal. Das wär ja was. Aja, weiß ich auch nicht. Da sieht es schon einmal aus. Mal. Tja, ob die Scheiße fett war. Boah, der ist ganz schön fix unterwegs hier. Was ist das denn, Alter? Oh, komm, lass mich heilen, verzieh den. Was auch immer das für ein Bug war. Ich soll den sogar hier durch den Tunnel fahren. Okay, haben wir es geschafft, okay, ja cool. Gleich beim ersten Durchlauf hier. Und das ist noch eine Wiederholung wert, würde ich sagen, denn da sind bestimmt richtig coole Szenen drin jetzt. Okay. 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 Da geht das auch schon los hier, ne? Crazy Werksfahrer, ja? Boah, ja, eigentlich war das mindestens ein Lackschaden, ne? Also Karosserie, aber na gut. Ja, plötzlich ist der Fall da, ne? Hm, na gut. Ein paar kleine Hüpferchen da. Oh, der liegt ganz gut aus dem Asphalt, ja. Mit guten Andressdruck. Das sah natürlich an und für sie auch ne Strecke, die ich halt ziemlich gut drauf hab mittlerweile. Ah, perfekt eingefahren, ey. Geil, ey. Mittendurch. Ja, da dürfte ja schon das Ende sein, ne? Ping! Also das ist doch speichernswert, ich nenn's einfach mal mittendurch. Mal gucken, ob man damit noch irgendwas lustiges anstellen kann. Das war auf jeden Fall cool. So macht Porsche fahren doch richtig Spaß, oder nicht? Hä, ja. He, 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 he. Hm, 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 hm. Slalomkurs. Ah, komm, ne? ja herzlich willkommen zurück und ich habe mich jetzt verklickt das ganze nochmal spiel nochmal neu starten beziehungsweise obs halt neu starten weil der sound wieder weg war und ja keine ahnung warum man das mikrofon immer verliert bei dem spiel 3 2 1 los das ist schon ein shit hier können wir schon vergessen aber so kann man ja auch mal ein bisschen was von der tollen grafik hier ein bisschen mehr sehen das letzte mal in der cockpit fahre das ist ja auch mal was von der zeit her nicht geschafft oder was noch blumen geflückt naja also nochmal die schrose hier 3 2 1 los sowas hast du ja wie die pest hier aber gut ist das halt mal ne herausforderung mal wieder her ja komm schon jetzt aber her kann die wahl sein ne knappe sekunde oder was ja komm schon ja komm schon dranbleiben kriegen wir auch noch händen hier 3 2 1 los das bist du vor was ja mal gucken ob das was ausmacht das habe ich ja mal noch nicht geschafft das gibt es doch gar nicht doch ähhhhh ich hasse es mal gucken, ich frau es mit dem cockpit vielleicht geht das besser 1, los! Vielleicht habe ich da ein besseres Gefühl, weiß es nicht. Ping, ping! Oh, komm schon! Ja 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 ja, ha, tatsächlich, gibt es doch gar nichts. Werksfahrer und Cockpit fahren, aber gut. Wiederholung braucht man im jeden Fall nicht, ab dafür. Bloß weg damit. Ja, was will Billy jetzt hier? Ja, schauen wir mal, das nehmen wir auch noch mit und danach ist dann diese Folge erstmal wieder fertig, würde ich sagen. Aber einen schönen Porsche dürfen wir fahren. Was soll denn das? Ist ja grausam. Na, das schaffen wir aber, oder? Ja, eine Sekunde unter Booten, ganz locker hier. Das ist cool. Ab dafür. Vielleicht sogar noch das nächste mit rein, hier. Mal sehen, was da kommt. In den Alpen, okay. Hm, ja, probieren wir mal. Schauen wir mal. So, keine Ahnung warum, das Mikrofon war wieder weg. Ja. So, nochmal hier. Mal schauen, was hier kommt. 3, 2, 1, los! Das geht wahrscheinlich nur darum, dass wir nachher gut durchkommen. Das ist aber in der Tat gut machbar, eigentlich. Wenn man hier schön von außen nach innen fährt, geht das recht easy, wie man sieht. Ich krieg mein Rennen, aha, okay. Dann gib mir mal mein Rennen. Das kommt dann wohl jetzt, ne? Wettrennen veranstalten. Ja, dann nehmen wir das auch noch mit in die Folge hier, möchte ich meinen. Und dann ist die Folge für mich erstmal hier abgeschlossen. 3, 2, 1, los! Vielleicht hier Pyrenees, ja? Wann da nicht schonmal ein Rennen drauf? Na ja, gut. Dann will ich's nochmal abziehen, ja? Dann will ich's nochmal abziehen, ja? Bisschen Pip-Action hier. Na komm, das krieg ich ja auch noch. Ich darf mir jetzt nur keinen Fahrfehler erlauben hier und dann hab ich's eigentlich, würde ich meinen. Okay. 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 Bisschen mit Handrandes spielen vielleicht, ja? Kommt man da besser rum? Okay. Okay. Wobei das mit Vorsicht zu genießen ist, ne? Wir wissen, Porsche geht uns gerne der Arsch. Und da war schon ein kleiner Schnitzer leider. Mist. Aber den konnte ich mir anscheinend erlauben. Ja, mit der Mauchhandtrande. Geht. Ja. Jawoll. Da haben wir's auch schon. Wieder mal gesiegt, wie immer. Und was da ist, ja? Ja. Ab dafür. Und Kuss. Juh, 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 juh. Juh, 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 juh. ausfahren. 180 Grad Drehungen innerhalb von Pylonen und so und so. Ja, das machen wir dann irgendwann demnächst. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich verspied Porsche.